Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und willkommen zu einem neuen Video zu Let's Play Skyrim The Elder Scrolls. Und jetzt gehen wir erstmal zu diesem netten Herren hier. Das ist der Albor, ein cooler Bruder. Was hast du zu verkaufen? Sag schon. Baffen hat er bestimmt. Gucken wir mal. Eisenpfeile 60. Jagdbogen. Könnten wir eigentlich... Nö. Wir haben ein Schwert und mit diesem Schwert können wir ja eigentlich auch was machen. Oh, süßen Hühnchen. Ey Leute, guckt mal wie süß das ist. Oh, Kopf. Oh, ist das süß. Ey Leute. So, jetzt kommt Chuck Norris. Jetzt werden wir dieses kleine Hühnchen töten. Mal gucken, ob hier keine Wachen sind. Hm. Scheint alles sicher zu sein. Warum da nicht? Hey, Hühnchen, bleib stehen. Bähn. What the fuck? Okay, Leute. Jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Jetzt machen wir mal einen Amoklauf in Skyrim. Albor ist aber stark. Aber gegen ein gut geschmiedetes Schwert hast du keine Chance. Boxe, komm, Boxe, komm, 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 los, los Lauf doch weg, Albor Du Feigling So, was ist denn das hier? Ein Bison oder irgendwas Oh mein Gott, Frauen und Messer, das passt nicht Okay, jetzt muss mir dieser alte Milf hier noch auflauern Okay, okay, hey, hey, hey Oh, Hilfe Lass mich in Ruhe Bitte lass mich in Ruhe Ich komm nicht hoch, ich komm nicht hoch, ich komm nicht hoch, ich komm nicht hoch Ich komm nicht hoch Das müssen wir auch diese Milf auflauern So, keine gute Idee, in Skyrim einen Mord zu begehen Ah, was ist denn da, ist ein Hund? Wo ist der jetzt hin? Was will denn der Clever? Okay, ich lass euch ja alle in Ruhe Lass mich alle in Ruhe Oh, es läuft denn da Hilfe Das ist alles deine Schuld Vielen Dank auch Können wir den Hund noch töten? Ich habe jetzt leider keine Magie am Start oder irgendwie Jetzt habe ich hier schon eine Horde von zwei Milfs Eine Milf ist übrigens eine Frau, die schon mal gekalbt hat Komm Oh, die kriegen wir noch Ja Komm schon Sigrid Stirb Ah, blöde Fische Stirb Fische Oh Oh Mann Lebe ich noch? Ich glaube ich bin tot Mann, oh Mann, oh Mann Blöde Aktion von mir Ich weiß Was ist denn das hier? Du kannst nur die Kraft eines eigenen Findlings besitzen Aktiviere du einen neuen Stein Verschwindet die Kraft des vorherigen Verschwindet die Kraft des vorherigen Och Mann Coole Sache So Das war eigentlich schon Let's Play The Elder Scrolls Skyrim Und jetzt hoffen wir, dass wir noch gleich zurückkommen in das Spielchen Och ja, tatsächlich Sind wir wieder hier In der Nähe von Weißlauf, glaube ich Stirb Stirb doch Stirb What the fuck? Ich habe diese Schmetterlinge getötet Ich weiß, Leute Es ist nicht nett Wir können jetzt noch ein paar Frauen zusehen Hey Die haben mich angegriffen Hey, die nehme ich mit Die verkaufe ich So Das war Let's Play The Elder Scrolls Skyrim Ups Ich muss mal meinen PSN-Freunden antworten Oh Noch nichts Neues Haut rein, Leute Bis dann Ciao